Ja, liebe Freundinnen und Freunde, die Zeiten sind rau, deswegen haben wir von der Linken Bremen uns überlegt, wir sagen offen, wofür wir stehen, nämlich für eine solidarische Gesellschaft und dafür, dass Geflüchtete hier in Bremen und Bremerhaven gute Lebensbedingungen haben. Diese Position und vieles andere mehr haben wir in unsere neue Zeitung, eine Wurfzeitung, reingeschrieben, die wir demnächst in den Stadtteilen verteilen werden. Wir würden uns freuen, wenn ihr sie lest, wenn ihr sie mitverteilt, wenn ihr uns Rückmeldungen zukommen lasst, es ist eine sehr gute Sache geworden. Ja, vielen Dank und viel Freude beim Lesen.